Anders als Saudi-Arabien und Katar unterstützt Kuwait den Aufstand gegen Assad eher diskret. Doch Waffen und Geld gelangen auch aus dem Golf-Emirat an syrische Rebellen. Über Monate hätten kuwaitische Islamisten radikale Kämpfer finanziell unterstützt, sagt ein Oppositioneller. Über acht Millionen Euro flossen nach seinen Kenntnissen. Hilfe erfolgt auch aktiv. Unter den Rebellen fänden sich viele Ausländer, bestätigt einer in Aleppo der seit Wochen umkämpften größten syrischen Stadt. Es geht gegen einen gemeinsamen Feind, deshalb kämpfen wir zusammen. Männer aus vielen islamischen und arabischen Staaten, einige auch von Al-Qaida, manche von islamistischen Gruppen, um die Syrer zu unterstützen. Für das Regime sind solche Nachrichten Wasser auf seine Mühlen. Sie stützen die These einer ausländischen Verschwörung gegen Syrien, Vizeaußenminister Mekdad. Bewaffnete Terroristen erhalten Unterstützung aus der Region. Sie bekommen moderne Waffen und alle möglichen Terrorgruppen wie Al-Qaida werden nach Syrien eingeschleust. Kuwaitis seien über die Türkei nach Syrien gelangt, um mit den Rebellen gegen Assad zu kämpfen, berichtet die kuwaitische Zeitung Al-Kabaz. Die freie syrische Armee händige ihnen Waffen und syrische Personaldokumente aus. Wie alle Golfstaaten verfolgt Kuwait mit seinen knapp vier Millionen Einwohnern klare Ziele. Man will durch Assads Sturz den Einfluss Irans in der Region zurückdrängen und gleichzeitig Rebellionen wie in anderen arabischen Staaten im eigenen Land verhindern. Stabilisiert wird Kuwait von derzeit 15.000 US-Soldaten, die langfristig bleiben sollen. Innenpolitisch paralysiert eine anhaltende Krise das Emirat. Es hat zwar ein gewähltes Parlament, einzigartig für die Region. Doch das Verfassungsgericht erklärte die letzte Wahl für ungültig. Die hatte sunnitischen Islamisten enormen Zuwachs beschert. Eine Zweidrittelmehrheit zu Lasten der schiitischen Minderheit und Regierungstreuerkräfte. Massenproteste blieben bisher zwar aus, doch fordert die Opposition seit langem mehr Mitsprache. Ein Parlament, das den Regierungschef selbst bestimmt und nicht das über 250 Jahre regierende Herrscherhaus der Al-Sabah, das seine Macht einschränken solle. Der 83-jährige Emir Sheikh Sabah, Al-Ahmed Al-Sabah, hat in den letzten sechs Jahren sechsmal das Parlament aufgelöst, Ministerpräsidenten seiner Wahl eingesetzt, Schlüsselministerien mit der Familie besetzen lassen und so religiöse Spannungen und eine Regierungskrise nach der anderen provoziert.